Hast du schon mal von dem Begriff Nicht-Binär gehört? Also wusstest du, dass man sich nicht entscheiden muss, ob man eine Frau oder ein Mann sein will? Dass man beides sein kann? Und trotzdem nichts davon? Also was dazwischen eben? Ach, ich kann das nicht wirklich erklären. Es ist alles noch so neu für mich. Christian kann das viel, viel besser erklären. Glaub mir. Auf jeden Fall habe ich nun verstanden, ich bin Nicht-Binär. Und ich glaube, heute bin ich dazu bereit, es meiner Familie zu sagen. Hallo, ich bin Elie Nix und das ist der 33. Part meiner 100 Baby Challenge. Viel Spaß! Im letzten Part haben wir ja erfahren, dass unsere Emma ein Mädchen bekommt. Ja, tatsächlich schon wieder ein Mädchen. Aber diesmal zumindest nur ein Baby. Da ich die Schwangerschaft ja länger eingestellt habe, könnt ihr mir auch noch sehr gerne unter diesem Video Namensvorschläge dalassen. Und wie ihr seht, nehme ich diesen Part jetzt direkt nach dem letzten Part auf. Das heißt, ich kann leider noch nicht auf eure Kommentare eingehen. In diesem Part werden wir auf jeden Fall das Erntefest feiern. Und außerdem, glaube ich, wird Ivy sich auch ein wenig mit ihrer Nicht-Binarität beschäftigen. Also im letzten Part hat sie sich ja schon mit Christian gemeinsam eigentlich geoutert. Und das werden wir in diesem Part jetzt auch weiterspielen. Und falls dir meine Videos gefallen, vergiss nicht, mich zu abonnieren, Videos zu kommentieren und auch zu liken. Und folge mir auch sehr gerne auf Twitch. Dort stream ich nämlich zweimal die Woche und meistens ist das tatsächlich auch Sims. Aber gut, wir starten jetzt gleich in den Part hinein. Mit diesem wilden Bild starten wir in den Part hinein. Der Sensenmann ist tatsächlich noch da und aus irgendeinem Grund hat er gerade unser Geschirr abgespült. Okay, fragt mich nicht warum, aber ja, das ist tatsächlich gerade passiert. Und es ist zwar zwei Uhr früh, aber irgendwie schläft in diesem Haus niemand. Also Emma hilft gerade Rose bei den Hausaufgaben. Daisy ist auch mit den Hausaufgaben beschäftigt. Und auch sonst geht alles drunter und drüber. Aber ich werde die Nacht jetzt einfach mal durchspielen und wir sehen uns morgen in der Früh wieder. Und wir haben jetzt kurz vor 8 Uhr und ich glaube, Emma wird gleich mal ein Festmahl zubereiten. Ich hoffe, wir haben irgendetwas. Oh, okay, wir können tatsächlich nur ein festliches Frühstück machen. Für das Tofu-Trutan-Festmahl würden wir ein beliebiges Kraut- und Fleischersatz brauchen. Fleischersatz könnten wir herstellen, nur beliebiges Kraut bräuchten wir. Aber das könnten wir doch eigentlich gleich mal bestellen. Und zwar Lebensmittellieferung. Ist Kopfsalat Kraut. Ich hoffe, Kopfsalat ist Kraut. Kaufen wir einfach zweimal Kopfsalat. Mehr Auswahl haben wir da leider auch nicht, aber dann bestellen wir einfach mal das. Und dann wird sie zweimal Fleischersatz herstellen. Immerhin ist heute ein besonderer Tag und das gehört auch gebührend gefeiert. Daisy, was ist mit dir? Ja, Daisy geht mit Coco joggen. Ivy, die schläft tatsächlich noch, aber sie kann dann das Klo reparieren. Violet unterhält sich mit ihrer kleinen Schwester. Oh, die zwei sind so süß. Und Jared schläft noch. Der hatte schon wieder ein paar Albträume in der Nacht. Wie sollte es anders sein? Und die Essenslieferung ist da. Wer ist dieser Mann? Aber er sieht irgendwie cool aus. Violet, ich glaube, mit dem würdest du dich gut verstehen. Nimm du mal die Lieferung an und dann kannst du dich mit ihm unterhalten. Und in der Zwischenzeit kümmert sich Ivy um den Garten. Oh, Gabriel hat hier geschrieben. Hey, ich habe gehört, dass du dich mit Christian Aljo angefreundet hast. Er ist ziemlich cool. Gabriel kennt auch immer alle. Schreibt mir gerne in die Kommentare, woher Gabriel den jetzt schon wieder kennen könnte. Ich habe nämlich absolut keine Ahnung. Sie wird hier mal alle Pilze ernten. Dann kann sie das ja weiterentwickeln. Und dann wird sie nochmal alles gießen. Ich bin wirklich sehr froh, dass wir jetzt ein Glashaus haben. Jetzt wird unser Leben einfacher. Und danach wird Emma die Liefertüte auspacken. Oh, Rose hat schon wieder den Tisch gedeckt. Sie ist so süß. Und Bruno fühlt sich schon wie zu Hause. Alles klar. Violet, ich glaube, ich mag den doch nicht. Geh wieder nach Hause. Und dann könntest du dich mal mit dem bösen Zwerg hier anfreunden. Also das ist ganz eindeutig der böse Zwerg. Deshalb werden wir versuchen, ihn zu beschwichtigen, indem wir ihm Kaffee geben. Böse Zwerge mögen noch Kaffee, oder? Und Emma hat schon wieder den Ofen kaputt gemacht. Emma, reparieren. Es tut mir leid, dass du das immer tun musst. Aber wenn du es kaputt machst, musst du es auch reparieren. Okay. Der hasst uns. Versuch mal, mit ihm zu singen. Singen wir mal Hoppleborfner mit Rose und Clay. Perfekt. Die singen ihm jetzt zu dritten Lied vor. Oh, Violet kann doch gar nicht so gut singen, oder? Und wie werden sie singen? Er ist schon halbwertig, aber es singt doch keiner. Okay, dann müssen wir uns wohl etwas anderes überlegen. Violet, schau ihn einfach mal an und dann bitte um Verzeihung. Ivy, wie geht es dir? Sie ist verängstigt. Wieso ist sie immer verängstigt? Gepickt worden. Oh nein. Das Huhn war gemein. Ivy hat jetzt ein wenig Angst vor dem Federvieh. Oh, und jetzt erzählt sie es gleich ihrer Mutter und ist so. Oh, das Huhn hat mich einfach gepickt. Das ist mir noch nie passiert. Normal lieben mich alle Tiere. Oh nein. Und dann kannst du dich eigentlich mal um Betsy kümmern. Um die Hühner wird sie sich heute nämlich, glaube ich, eher nicht kümmern. Und dann schauen wir mal, ob sie das Fest mal jetzt kochen kann. Nein. Was ist beliebiges Kraut? Ich habe keine Ahnung, was beliebiges Kraut ist. Ja, dann können wir nur ein festliches Frühstück machen. Das ist aber wirklich nicht so cool. Wobei, eigentlich essen doch alle Fleisch. Warum habe ich nicht einfach Fleisch oder Fisch gekauft? Ich glaube, ich gehe mit Ivy ganz schnell zum Marktstand und wir werden einfach Fleisch und Fisch kaufen. Immerhin ernährt sich diese Familie eigentlich zu 99% vegetarisch, würde ich sagen. Ich glaube, wir hatten noch nie Fleisch im Haus. Aber niemand isst offiziell Vegetarier. Vegetarier, deshalb hätte ich gesagt, kaufen wir jetzt einmal für dieses Erntefest Fleisch oder Fisch. Je nachdem, was der Stand hat. Und hier sind wir. Hier sind schon wieder jede Menge Leute. Und wir kennen keinen. Okay, alles klar. Ivy ist echt verängstigt wegen dem Huhn. Sie tut mir echt leid. Und hier ist jetzt Willi Wagner. Sie wird mal handeln und zum Verkaufen haben wir, glaube ich, nichts. Oh doch. Wir haben sogar jede Menge. Okay, dann können wir vorhin ein paar Dinge verkaufen. Und dann werden wir einkaufen. Wahrscheinlich bekommen wir keinen Rabatt. Das würde mich sehr, sehr wundern. Nein, natürlich nicht. Irgendwie kann nur Emma handeln in dieser Familie. Wir verkaufen Basilikum. Mit dem kann man nichts machen. Dann verkaufen wir die Eier und die Löwenmäulchen. Alles andere werden wir noch behalten. Wobei, die Weintrauben können wir auch verkaufen. Und mit allem anderen können wir ja noch was zubereiten. Und jetzt werden wir was einkaufen. Ich glaube, sie kaufen einen Fisch. Und zwar den Barsch um 16 Simoleons. Der sieht sehr fancy aus. Vielleicht kaufen wir einfach gleich zwei davon. Immerhin werden heute einige Leute kommen. Und deshalb brauchen wir auch sehr viel Essen. Und dann können wir gemeinsam das Erntefest feiern. Und wir sind wieder da. Und wie immer sieht es absolut schrecklich aus in diesem Haus. Wir brauchen viermal Fisch. Ich sag's, wie es ist. Ich bin nicht gut darin. Und Kraut habe ich auch keins gefunden. Ivy, wir brauchen doch viel mehr Fisch. Was hast du gemacht? Und deshalb gehen wir jetzt wieder zurück. Und kaufen mehr Fisch. Und wir sind wieder da. Hoffentlich hat diesmal alles funktioniert. Irgendwie bin ich mir nicht sicher, ob das nicht ein schlechtes Omen ist. Und jetzt ist Emma auch noch wütend. Anhaltende Wut. Heißhunger und unfreundliche Umgebung. Und überall sind diese Zwerge. Emma wird jetzt einmal das Fischfest mal zubereiten. Und einmal ein festliches Frühstück. Was brauchen wir denn noch für diese Traditionen? Dekorieren. Ja, das können wir uns leider nicht leisten. Feiertagszwerge. Festtagsessen. Dankbarkeit. Und Gäste einladen. Okay, perfekt. Daisy, wie wär's denn? Oh, Daisy ist sehr, sehr müde. Sie darf schlafen. Ivy bringt gerade den Müll raus. Ja, es tut mir leid, Violet. Dann bleibst nur du übrig. Du musst dich jetzt mit den Zwergen anfreunden. Nehmen wir einfach mal den. Der schaut doch ganz lieb aus. Und sie wird ihn beschwichtigen mit Kuchen. Mögen Zwerge Kuchen. Ja, er hat uns lieb. Sehr gut. Und dem werden wir Zukunftswürfel geben. Ja, der mag uns auch. Sehr, sehr gut. Eigentlich mag uns nur dieser Zwerg nicht. Und ich glaube, den werden wir dann einfach gleich mal verkaufen. Damit er uns nicht weiter nerven kann. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Weil der macht uns alles kaputt. Und nervt einfach. Wir haben gerade einfach 210 Simulons für den bekommen. Aber die guten Zwerge lassen wir da stehen. Weil wenn ich mich richtig erinnere, geben die nämlich Samen her. Und dann können wir unseren Garten erweitern. Daisy muss in ca. einer Stunde beim Cheerleading sein. Ich glaube nicht. Heute ist Feiertag. Gut, Violet, weil heute Feiertag ist, machst du dich auch mal nützlich. Und wirst hier alles abwaschen. Dann wirst du das Klo putzen. Keine Ahnung, ob Violet das schon jemals in ihrem Leben gemacht hat. Aber heute beteiligen sich alle bei der Hausarbeit. Sogar die kleine Rose wascht Dinge ab. Das sieht man auch nicht alle Tage. Einsame Pause. In der letzten Pause wollte niemand mit mir spielen. Ich bin allein rumgeklettert. Wenn das nochmal passiert, was soll ich tun? Oh. Und wir geben Rose natürlich die gleiche Antwort, wie wir auch schon ihrem Bruder gegeben haben. Frag andere Kinder, ob du mitmachen darfst. Und jetzt steigt ihre Konfliktlösung. Ivy hat sich jetzt auch zum Kochen entschieden. Keine Ahnung warum. Aber sie macht jetzt Tortillas mit Soße. Ja gut, sie möchte anscheinend auch mithelfen. Oder sie macht die Portion nur für sich. Das kann natürlich auch sein. Auf jeden Fall hat sie Level 3 der Kochfähigkeit erreicht. Das ist doch auch nicht schlecht. Das Festmahl werden wir schon auf den Tisch bereitstellen. Und dann kann Emma gleich mal die Veranstaltung planen für heute. Und zwar planen wir ein Ereignis. Ja, was ist denn das? Ein Galaabendessen. Ja, sagen wir, es ist ein Galaabendessen. Warum nicht? Gastgeber sind Emma, Ivy und Violet, weil Daisy ist anscheinend gerade beim Cheering Training und kann deshalb nicht Gastgeberin sein. Dann laden wir Jared und Rose ein, auch wenn sie hier wohnen. Dann natürlich Raoul und Kaori und Scarlett und Leo und Haru. Sidney kann auch vorbeikommen. Die anderen Chance werden wir eher nicht einladen. Ich glaube, das ist gerade nicht so gut. Aber Gabriel laden wir noch ein. Perfekt. Also mit Lenny müssen wir uns auf jeden Fall noch ausreden. Aber wie gesagt, ich möchte darauf warten, bis er sich meldet. Und nicht, dass sie sich wieder bei ihm melden muss. Und wir feiern hier und starten hier einfach gleich jetzt. Warum nicht? Wir sind zwar noch absolut nicht ready, aber ist ja egal. Oh, sie haben uns schon Sachen geschenkt. Nein, der komische Mann soll uns nicht schon wieder anrufen. Was ist das denn? Ivy, zieh dir das mal genauer an. Sommerpflanzen. Perfekt. Das eignet sich wirklich gut. Ich liebe die Zwerge. Also zumindest die netten Zwerge liebe ich, die anderen nicht so. Was haben wir denn bekommen? Filie, Brombeere, Apfel, Pilze. Perfekt. Das brauchen wir ohnehin. Hier können wir dann noch weitere Pilze anpflanzen, damit wir die Beete zumindest voll machen. Und Apfelbäume könnten wir draußen eigentlich auch noch ein paar hinstellen. Warum nicht? Unser Garten besteht bald nur noch aus Apfelbäumen. Aber gut, Ivy, du kannst gleich mal deine Oma begrüßen. Danke ihr fürs Kommen. Kaori ist ja schwanger. Das habe ich schon wieder vergessen. Irgendwie vergesse ich immer alles. Violet, dann geh du mal zu Kaori und werd mal deinen Stress herunterspielen. Und dann stell dich mal respektvoll bei ihr vor. Und Daisy wird jetzt auch vom Cheerleading wiederkommen. Ja, ihr Trainer wird unzufrieden sein. Das kann schon mal passieren. Und dann wird sie sich mal mit ihrem Freund unterhalten. Er ist ja seit dem letzten Part offiziell ihr Freund. Und ich glaube, ihr wünscht euch sicher mehr Gameplay zwischen den beiden. Deshalb werden die jetzt mal flirten. Dann werden sie sich im Regen küssen. Oh, wie süß ist das? Stimmt eigentlich. Stehen gerade alle im Regen. Okay, die meisten sind jetzt tatsächlich doch hineingegangen. Emma wird total abgelenkt. Emma, du solltest weiter kochen. Und dann könnten wir hier eigentlich schon mal alle zum Essen rufen. Sobald Emma fertig ist, gibt es dann den nächsten Gang. Und Ivy ruft jetzt alle zum Festmahl. Und hier stehen noch ihre Tortillas mit Soße. Okay, vielleicht möchte die ja auch jemand essen. Warum ist Rose so wütend? Laut die Musik, weil laut die Musik gehört hat. Mir platzt das Trommelfell. Das kann nur bedeuten, dass irgendwo in der Nähe ein Teenager laut Musik hört. Jared und Rose sind unglaublich wütend. Und irgendwer stinkt. Wer stinkt denn? Oh, und Emma ist total erschöpft. Aber sie sollte auf jeden Fall auch etwas essen. Emma, wie wäre es, wenn du einfach weiter kochst? Dann könntest du etwas vom festlichen Frühstück essen. Und hier haben wir noch Frühlingspflanzen. Die geben wir gleich mal Ivy ins Inventar. Die werden wir uns später ansehen. Ivy, unterhalte dich mal mit dem Opa. Zeig ihm mal dein cooles Outfit. Und dann wirst du ihm den Tag verschönern. Ich weiß wirklich nicht, wer hier stinkt. Kaori hat sich auch in ihr schönstes Outfit geworfen. Ja, das ist ja sehr schönes Kleid. Etwas gewagt für eine Familienfeier. Aber natürlich kann sie sich anziehen, wie sie möchte. Violet hat schon wieder genug und möchte Cheerleading üben. Nein, du bist keine Cheerleaderin. Du kannst aber, wenn du möchtest, Klavier üben. Das bringt uns nämlich tatsächlich in der Challenge weiter. Und alles, was uns in der Challenge weiterbringt, ist auch gut für dich. Leo spielt hier draußen im Müll. Okay. Und Emma ist so erschöpft, dass sie jetzt einen Bart nimmt und einfach einschläft. Oh mein Gott, diese Familie. Sie sind aber schon zuckersüß. Oh, ich habe den stinkenden Simon entdeckt. Es ist Jared. Okay, gehst du dich duschen? Sehr gut. Mich würde voll interessieren, wen ihr am liebsten mögt von den Ganzen. Also jetzt nicht von der direkten Familie, sondern von der entfernteren Familie. Also eben von Gabriel und Haru und Leo und Scarlet. Wen von denen ihr am liebsten mögt. Das würde mich sehr interessieren. Also schreibt mir das sehr, sehr gerne in die Kommentare. Dann können die natürlich auch noch eine größere Rolle im Let's Play haben. Wobei Haru und Scarlet sind tatsächlich schon sehr, sehr lang Senioren. Ich habe schon ein bisschen Angst, dass sie früher oder später von uns gehen werden. Und Daisy fühlt sich total kokett, wärmender Kuss und glücklichen Moment und auch wegen dem Essen. Und ich finde es einfach unglaublich cool, weil Gabriel schaut die beiden einfach an und ist total wütend oder traurig oder was auch immer. Ich glaube, er denkt sich so, sie sind so schnell erwachsen geworden. Und jetzt hat Daisy auch schon einen Freund. Und ich habe alles verpasst. Und außerdem mag ich den Freund von Daisy nicht, weil es ist ihr Freund. Und genau so schätze ich Gabriel ein. Aber Gabriel ist doch ohnehin selbst schuld. Und vielleicht lässt Daisy ihn das auch gerade wissen. Never mind. Daisy, ich glaube, das Gespräch mit ihm ist beendet. Aber du kannst ja mal mit deiner Oma reden. Und kannst jetzt einmal dankbar für sie sein. Violet kann jetzt auch aufhören mit dem Klavier spielen. Und kann einmal dankbar für ihren Vater sein. Er ist ja noch immer ihr größter Held. Und sie möchte noch immer so sein wie er. Deswegen sind wir jetzt mal dankbar. Und dann kann sie auch noch erntefest Aufregung teilen. Und Ivy macht das gleiche, glaube ich, bei ihrer Mutter. Emma möchte, glaube ich, gerade schlafen gehen. Aber das werden wir jetzt abbrechen. Und sie wird auch mal ihrer Mutter dankbar sein. Das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Feier. Ich liebe diese Familienfeiern. Also wenn alle zusammenkommen. Und es werden ja immer mehr Leute werden. Also Emma ist ja schon wieder schwanger. Und mit jedem neuen Kind kommt ja dann auch immer ein neuer Vater dazu. Am Ende sind da wahrscheinlich 50 Sims. Ich glaube, an dieser Stelle werden wir die Feier dann auch beenden. Also offiziell sollte das Fest ja bis zwei gehen. Aber das ist ein bisschen zu lang. Emma ist schwanger. Und Rose und Jared sind ja auch noch sehr, sehr klein. Deshalb werden wir die Feier jetzt beenden. Das Erntefest war irgendwie grauenhaft für alle. Okay, für Violet war es in Ordnung. Für alle anderen war es grauenhaft. Ja, kann passieren. Und das Gala-Abendessen werden wir dann auch beenden. Naja, zumindest war es eine Party. Als Trostpreis findest du ein kaum benutztes Buch im Haushaltsinventar. Dann gehen jetzt mal alle nach Hause. Und die Kleinen wollte ich gerade ins Bett schicken. Die gehen tatsächlich schon von selbst ins Bett. Die haben so brave Kinder. Ich weiß gar nicht, wie wir das verdient haben. Dann werden wir die Musik jetzt mal ausschalten. Und Emma wird hier aufräumen. Und Daisy und Violet werden sich hier jetzt auch unten hinsetzen. Hm, denn ich hab noch etwas vor. Versammelt euch mal alle in der Küche. Die Familienfeier ist vorbei und die vier Ältesten sitzen jetzt hier am Tisch. Und Ivy sieht das jetzt als Möglichkeit, um mit ihnen über ein ernstes Thema zu sprechen. Und zwar ist sie ja im letzten Part draufgekommen, während sie sich mit Christian unterhalten hat, dass sie sich nicht als weiblich identifiziert. Aber auch nicht als männlich, sondern sie sieht sich als nicht-binär. Und genau das wird sie jetzt als erstes ihrer Mutter erklären. Und zwar wird sie ihr eine unglaubliche Geschichte erzählen. Und erzählen, wie sie eben Christian kennengelernt hat. Und jetzt irgendwie an allem zweifelt, was sie je kennengelernt hat. Aber gleichzeitig fühlt sie sich auch so wohl wie noch nie zuvor. Daisy setzt sich wieder hin. Auch du bist an diesem Gespräch beteiligt. Christian hat ihr gezeigt, dass sie perfekt ist, so wie sie ist. Und dass es gut ist, wenn man einzigartig ist. Und deswegen wird sie jetzt hier noch etwas anhängen. Und wird ihr streng vertrauliches Geheimnis enthüllen. Und Ivy und Emma haben jetzt auch eine Stimmung miteinander bekommen. Größere, neudurch glückliche Erinnerungen. Also ich glaube, Emma freut sich einfach sehr, dass ihre Tochter ihr das anvertraut hat. Und Daisy und Violet sind damit anscheinend sowieso okay. Also ich könnte mir vorstellen, dass es die beiden weder überrascht noch sonderlich kümmert. Für Ivy ist das natürlich was Großes, weil es auch was Neues für sie ist. Aber ich glaube, Daisy und Violet sind mit dem ganzen Thema einfach schon vertraut. Und an dieser Stelle werden wir Ivy jetzt noch ein kleines Umstyling geben. Bis zum nächsten Mal. 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 Das ist jetzt für mich auch etwas Neues, aber es ist mir sehr wichtig, dass wir das in diesem Let's Play jetzt repräsentieren werden. Und zwar habe ich mich für die D-E-Y. Ich schätze mal, das ist ans Englische angelehnt. Aber ich bin mir nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber gut, ich bin mir nicht. Ich bin mir nicht sehr komisch. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, das war jetzt mal, das war's. was ihr von diesem wunderbaren Sim jetzt haltet. Aber an dieser Stelle werde ich mein Video dann auch schon beenden. Wie immer hoffe ich sehr, dass es euch gefallen hat und ich freue mich über jeden Kommentar, über jedes Like und über jedes Abo. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!